Hier, meine Freunde, zerlege ich einen alten Receiver von meiner Oma und das ist ein Resistor. Huuu! Hatschi! Torx hat er. Da muss ich das hier oben bestellen. Das hat auch Torx. Das ist ein Torxer. Jetzt habe ich da Spezialwerkzeug, Torx-Werkzeug. Das ist nicht Torx. Normale Werkzeug kann man nicht das aufmachen. Ich will den öffnen. Dieser Ding ist für mich sehr viel wert. Das ist der, ähm... Ja, ja, der geht. Und... 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 Dann... Wenn... Alter. Der erste und das zweite fest. Wir werden dann schauen, was dünner steckt in den Ding. Hier ist auch noch eine. Man muss alles lösen schaffen. Von der Oma bekommen. Ist von meinem Opa das Ding. Das Ding hier ist von meinem Opa. Von Opa Lechner noch. Von der alten Vergangenheit der Familie Lechner hat Zigaret. Das habe ich wirklich auseinanderbauen. Viele Anschlüsse da hinten. Aber was Spezielles. Und das Realwerkzeug benutzte ich da. Torx. Torx Kit. Aufschraufen. Den, das erlebe ich mal. Was dünnsteckt. Und dann Johan. Was willst du meinen? Soll ich ihn auseinanderbauen? Den haben wir in den Einzelnen legen oder alles auslöten? Was meinst du? Ich will es auslöten. Und die Einzelteile in den Haufen geben. Ich würde es in den Haufen für mich geschenken. Leiderhaft. So groß. Das hier. Das hier. Das hier. Oder der hier. Trotx. Ich find es Lein oder Trotx. auch so ein großer kleineres wie anders das ist der Mal schauen, was ist der? Vielleicht ist der hier unten. Noten Mal schauen, was ist das? Aber ist das ein...